Nächstes Mal bei Heldenländle. Mein Name ist Melanie Reischel. Die typischen Klischees sind, Tätowierer sind super harte Männer und Frauen gehören nicht in ein Tattoo-Studio. Ich bin ein kleiner Trotzkopf und ich habe dann gedacht, gut, wenn es mir keiner beibringt, irgendwie schaffe ich es auch alleine. Heldenländle, Freitag, 18.30 Uhr bei Regio TV.